Film nach einer wahren Begebenheit gedreht. Wenn du dich immer fragen tust, wenn du dich fragst, tue ich das Richtige? Mache ich das Richtige? Ist ein Ende dann doch das Falsche? Oder ist es doch eine gute Entscheidung? Es ist ganz egal, wie wir uns entscheiden. Wir müssen mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben. Schauspieler Sascha Rösler, Bianca Heinz, Olivia Pascal, Dieter Renzink, Lukas Dieter, Alexandra Nette und nur viele mehr in dem Film des Jahres. Schicksal Ab den 10.07. im Kino Ein Film, der unter die Haut geht. Noch mehr Infos gibt es auch auf sinistalkino.de Disney wünsche ich viel Spaß.